Und da sind wir wieder. Heute mal mit dem Thema Frauen auf YouTube. Viel Spaß. Ja, und damit beginnen wir auch schon. Und liebe Grüße an den Werten Rex. 412, jetzt habe ich es drauf, glaube ich. Die Einladung habt ihr gerade schon gesehen. Und dann komme ich im Video. Also wenn du in meinem Video kommst, ne, also freut mich, freut mich. Jetzt ist meine Stimme ja wohl doch ziemlich schön. Nein, aber heute mal ernsthaft. Wie gesagt, heute geht es um Frauen auf YouTube. Das ist kein Hassvideo oder keine frauenfeindlicher Scheiß, keine Sorge. Wobei, nein, nein, heute nicht. Also wir befassen uns heute damit mal, befassen uns damit mal. Das heißt ich und ihr hört mir zu. Dankeschön. Also, und ich möchte gleich unterscheiden. YouTube ist natürlich eine männerdominierte Webseite. Da bin ich mir sicher. Es kommen immer mehr Frauen hinzu und auch Kinder, das ist klar. Aber, ähm, ja. Wir fangen einfach mal an. Zuerst nur möchte ich diese ganzen, ähm, Beauty-Werte da abstempeln. Möchte ich mich schon drüber lästern? Nein. Wir machen hier keine Hastiraden. Wir reden da objektiv drüber. Und wir bischen Hirn. Ich betone nur ein bisschen. Wollen wir ja nicht übertreiben. Also, wir nehmen mal Bibi. Also Bibi ist Beauty. Irgendwas. Das kann ich nicht aussprechen. Ich vergesse das auch jedes Mal. Das ist furchtbar. Ähm, und Dagi B. Und wie sie alle heißen. Life with Melina. Und was die nicht alles machen. Alles. Ja, passend zum letzten Video über Bibi. Ähm, also diesen ganzen fasse ich jetzt einmal kurz zusammen. Ich verstehe nicht, warum man auf YouTube Beauty-Kram macht. Verstehe ich nicht. Ich, wie gesagt, wie auch letztens ja schon erwähnt, ich bin da nicht die Zielgruppe. Mit 19 Jahren. Und männlich. Ich glaube, ich bin da. Nein. Nein. Aber es geht mir so ums Prinzip. Ähm, wie, wie, warum? Wie komme ich auf solche Ideen? Oder, wenn ihr eine Frau wärt, würdet ihr zu Hause sitzen und denken, Mensch, ich habe zu viel Zeit, mache ich dann Beauty-Tipps? Ja. Oder, oder ist das nur wegen Geld? So, weil man weiß, das könnte ein bisschen Geld geben. Ist ja nicht so verkehrt, ne? Ein bisschen Taschengeld braucht man eh noch, ne? Die neuen BHs wären ja noch mal teurer. Braucht man mehr Stoff, man weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall verstehe ich diese ganze Menge nicht. So, ähm, ich glaube auch, dass für diese Kinder und diese kleinen Mädchen und Jungs, die das gucken, das gucken auch kleine Jungs, das ist ja kein Witz jetzt, ähm, die das gucken, ich glaube, dass da so ein, wie nennt man das, ähm, die gucken das, ähm, so ähnlich wie, für die ist das fast Fernsehen, ne? Ich meine, was ist für uns Fernsehen? Für uns ist Fernseh feste Sendezeiten, irgendwelche Scheiß-Sendungen, die wir gar nicht wissen wollen, ne? Super. Und 80 Millionen Hitler-Dokus am Tag, ne? Toll. Aber YouTube ist, glaube ich, für die Generation, so mit meinem Alter jetzt rum und älter, so was ganz Besonderes, so. Also für mich auf jeden Fall. Für mich ist YouTube so etwas, wie gesagt, habe ich schon tausendmal, glaube ich, erwähnt, wo man sich so selbst, man kann sich, das ist natürlich eine Form der Selbstdarstellung, das ist klar, ist auf sozialen Medien aber schlimmer, ne? Wobei wir das ja auch immer hier auf YouTube kriegen. Ähm, aber hier hat man einfach Meinungen und, 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 äh, Content von Menschen produziert, die nichts, die theoretisch keine Ahnung haben von Professionalität. Die, haben die im Fernsehen gearbeitet? Ich zum Beispiel. Ich kenne das nicht. Ich hab, ne? Nein. Ich mag das auf meine eigene Weise und natürlich guckt man sich was von anderen Leuten ab und so weiter. Aber das ist halt auch immer so ein Ding, das ist nicht nur. Aber, und das finde ich auch immer interessant, diese YouTuberin sind halt immer, ja, 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 die Sparte verstehe ich nicht, ne? Es hat ja keinen richtigen, es geht ja wirklich nur ums Produkt. Oder um ein, es geht ja nicht um die YouTuberin an sich. Es geht ja wirklich ums, es ist ja wirklich produktbezogen. Oder halt, ähm, Themen, also themenbezogen, aber nicht so wie bei mir jetzt hier mit, ähm, normalen Themen, sondern andere Sachen. Ich mach ein Thema, keine Ahnung, beste Freunde-Video, das mit dem Rauchen, was hab ich denn noch alles gemacht, ähm, Produktbeziehung hab ich mal ganz am Anfang ziemlich sachlich erklärt. Und heute rede ich über solche Themen. Was ich immer nicht, und das ist halt wirklich produktbezogen, ich kann das gar nicht oft genug sagen, sehr produktbezogen. Ja, es geht ums Produkt, oder wie krieg ich Pickel weg, dann geht's darum, wie ich Pickel wegkrieg, aber der Mensch dahinter interessiert mich doch gar nicht. Genau wie der Sprecher in einer Doku, macht er einen guten Job oder nicht? Wenn er einen guten Job macht, äh, dann kennt man die Stimme irgendwann vielleicht. Aber man hat null Bezug zu dieser Person, ja, nur zu dieser Stimme, und zwar auch nur in bestimmten Bereichen. Deswegen, und das verstehe ich immer nicht, ne? Keine Ahnung, wenn du so andere YouTuber siehst, die, keine Ahnung, Gronkh. Ob man ihn jetzt mag oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber Gronkh ist halt, was sind wir immer mit Gronkh? Minecraft, Let's Plays, für mich auch noch, äh, 4. Oh, also 4, 1 bis 3. Dann Cry of Fear, was haben wir denn noch? Auch die ganzen Horrorspiele, die er gemacht hat. The Forest gehört da für mich mit, gehört mit dazu, finde ich. Und, ähm, das finde ich halt schon so ein bisschen beeindruckend, ne? Und das ist halt das von Gesicht, das erwartet man von diesen Personen. Ja, und wenn ich, es gibt ja, wie ich auch diese ganzen, diese ganzen YouTuber-Win verstehe ich nicht. Wenn man da sich Beispiele anguckt, wie Cold Mirror zum Beispiel, ist ein ziemlich gutes Beispiel, was dagegen spricht, so, ne? Eigentlich bin ich, die ganzen Beauty-Tanten können sich von mir aus auf alle von YouTube abhauen. Die brauchen wir hier, glaube ich, nicht. Ne? Die Kinder werden bleiben, aber sie auf andere Channels, auch nicht schön. Zumindest so die Spielecke, ne? Diese ganze Beauty, das ist ja Dagi Bee, Julienko, Lion, das ist diese ganze, das ist sozusagen das Kinderparadies auf YouTube, ne? Die etwas älteren, ganz krassen Typen, ne? Mit 13, 14, das sind die ganz bösen. Die gucken sich sowas an wie Julien's Blog, seine alten Videos, ne? Das sind die geilsten, ne? Die haben keine Ahnung, was er genau meint und so, ne? Aber hauptsache immer drüber lachen, weil das ist ja fies. Humor, also die verstehen, wie es gemeint ist, wissen aber nicht, um was es wirklich geht. Auch ein großes Problem. Viele, 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 ähm, und ich versuche jetzt nochmal zurückzukommen. Also, Coldmirror zum Beispiel macht ja wirklich allen möglichen Scheiß. Die hat auch coole, wie es ja damals coole Videos gemacht hat. Die macht heute noch einigermaßen coole Sachen. Auch mit ihrer Serie auf RTL, äh, Quatsch, RTL, Entschuldigung. Ähm, 1 Festival. RTL. Ha! Ich meine natürlich 1 Festival. Ähm, die ist ganz cool eigentlich, die Serie. Also diese Sendung. Das ist echt cool, finde ich. So, ist halt Fernsehen, aber, naja. Ist ein anderes Thema. Deutsches Fernsehen habe ich ja auch schon verarscht. Ich werde es, nein, ich werde es nicht verlinken, einfach mal. In meiner Playlist, die müssen wir das scrollen, in der Commentary-Playlist. Und dann findet ihr das schon. Ähm, oft finde ich auch viele Sachen, so Sachen merkwürdig wie. Ja, was ist denn da ein Beispiel jetzt? Was ist denn da jetzt ein richtig gutes Beispiel? Ähm, Content. So diese ganzen Challenges, was Bibi und Julienko machen. Und Dagi B mit Lion früher. Äh, die haben sich doch so für diese kleine Ganze so ins Licht gerückt. Ne, das ist doch nur noch Verarsche. Ne, ähm, nochmal ein anderes Beispiel, was für mich auch mal in einer ganz eigenen Kategorie darstellt. Zum Beispiel, ähm, Mrs. Vlog, also Kelly, Mrs. Vlog. Ähm, ist für mich auch noch anders. So, die macht auch, sie ist eine Frau auf YouTube. Ne, klar, Tittenbonus und so weiter. Aber sie macht einfach, ähm, sie ist auch mehr themenbezogener als andere. Ne, so ähnlich wie ich vielleicht. Ich will mich jetzt nicht mit ihr vergleichen, sie ist nur ein oder ein Moment. Ne, doch, ich kann mich mit ihr durchaus vergleichen. Aber jetzt von der Themenbezogenheit her. Die macht halt auch immer themenbezogen. Natürlich macht sie auch ein bisschen diesen Vlog-Scheiß und Challenges-Scheiß und so ein Kram. Aber gut. Ne, ein bisschen kommt man wohl als da nicht drum rum in dem Genre. Ähm, ich bin froh, dass ich hier das nicht machen muss. Ne. Oder auch bei ApoRed und auch die ganzen, oder auch ihr Marcel Scorpion und so. Ne. Keine Frauen auf YouTube, keine. Das ist ein bisschen zum Thema weg. Aber muss man auch jetzt mal erwähnen an dieser Stelle, dass die auch diese ganzen Challenges-Scheiß machen. Da mache ich auch nochmal ein eigenständiges Video drüber. Aber, wie gesagt, Frauen auf YouTube. Ähm, das wird immer mehr. Und diese ganzen Beauty-Channel, auch alle möglichen, da gibt es ja hunderte von. Das wusste ich gar nicht. Für mich gab es zwei große Channels. Bibi, Dagi, fertig. Ich habe letztes Mal geguckt. Seitdem kriege ich tausende, tausende, wirklich tausende Vorschläge von irgendwelchen Beauty-Dingern. Beauty-Videos mit, keine Ahnung, wie sie alle heißen, ne. Wirklich, ich vermisse Frauen, so Gamer-Frauen. Das wäre doch mal was Geiles, ne. So, ähm, Trashers Money ist noch ganz cool. Ähm, hier, ähm, Honeyball finde ich nicht so doll. Ich weiß nicht, ich mag die. Ich verstehe, ich kann dich nicht nachholen. Ich mag die einfach nicht. Kann ich, hat keinen bestimmten Grund. Ähm, sowas ist doch cool, ne. Na, mal so coole Gamer-Frauen, so, so, so. Vielleicht so eine Mischung aus, sowas, was, ähm, naja, so ein bisschen nicht zurückhalten, offen. Wie wäre es mit, zockt vielleicht auch noch zu dir, vielleicht in der Commentary-Szene, wäre doch mal eine Frau richtig geil, oder? Ne, und ich rede jetzt nicht von dieser komischen Katja, da das Nachnamen ich nicht aussprechen kann, die bei Marcel Scorpion da mit dabei war, wo die sich gegenseitig gepusht haben, so. Von so einem Scheiß rede ich nicht. Ich werde einen, der vielleicht damit durchstartet und so. So, aber vielleicht, wirst du, ich würde es cool finden, ne. Falls ich jetzt irgendeine Frau auf eine Idee gebracht habe, schreibe ich an, wir machen einen Dual-Commentary. Habe ich eh Bock zu. Ähm, kommen auch noch welche, kann ich gleich mal ankündigen, themenbezogen, ähm, mit verschiedenen Leuten, ne. Einige auf YouTube wahrscheinlich, ähm, aber auch, äh, von mir hin zu private Freunde und so, ähm, die halt keinen YouTube-Channel haben. Die sind dann so als Gast dabei, so ähnlich wie bei Ellutrix, ähm, Sophie und Andi zum Beispiel. Ähm, ich sehe, ich muss langsam zum Ende kommen. Oha, das ist nur noch eine Minute, also wir einnützen mal noch ein bisschen. Ähm, was, ja, Beauty-Frauen. Ist ein kompliziertes Thema, wie gesagt. Ähm, ich konnte da vielleicht ein bisschen drauf eingehen. Ich hoffe, das hat gereicht, so. Aber jetzt nochmal wieder ein Fazit, so, das versuche ich jetzt immer am Ende vom Video zu machen. Ähm, äh, wie drühe ich das aus? Frauen auf YouTube sind problematisch, weil diese ganze Kinder-Szene, dieser ganze Spielplatz, was ich vorhin erwähnt hab, von wegen, ne, Challenges und so'n Scheiß, die sind, die wissen gar nicht, was für ein Glück sie wir hier auf YouTube alle haben. Was wir hier für ein Schwein haben. Ne, wir haben so viel Glück hier gehabt. Wir können hier, wir haben hier unsere eigene, wir haben eigene, äh, Fernsehen, Let's Plays im Fernsehen, das wird nie durchkommen. Das wird sich keiner angucken. Aber hier, da haben wir das. Wir haben hier, ähm, Let's Plays, wir haben hier Commentaries, wir haben allen möglichen Kram. Dann haben wir noch so, so White-Hitty-Comedy-mäßig, sowas, ne? Denn auch andere, äh, Ape-Crime finde ich auch nicht so, aber sowas haben wir alles hier, ne? Aber wir brauchen doch nicht irgendwelche Schminktipps auf YouTube. Das könnt ihr sich vielleicht woanders angucken. Das könnt ihr sich in der Bravo durchlesen oder was weiß ich was. Aber doch nicht hier auf YouTube. Und wenn Frauen richtigen Content auf YouTube bringen, ne, Cold-Murror-mäßig, ähm, oder Kelly-Best-Vlog-mäßig auch mit wirklichen Themen bezogen, dann finde ich das ja in Ordnung. Aber diese ganze Beauty-Tanten, die damit nur Geld machen, ganz ehrlich, die können sich, die können sich verpissen. Die brauchen wir ja nicht. Aber das war's für heute. Hier geht's zum letzten Video. Wir sehen uns nächste Woche. Haut rein, Jungs. Bis zum nächsten Mal.